so das läuft jetzt auch müssten ja schon kohle und eisen drin haben das müsste jetzt also laufen jetzt erst eine kanonengießer noch hier platzieren und einmal dort 200 so viele leute hier habe ich aber sofort keine bauern machen wir noch 30 und dann gibt es auch 90 leute auch keine bretter müsste ich so viele segel haben ja 31 ok dann muss ich jetzt in häuser investieren mal danke für 2000 münzen so gut das läuft acht bräder und zehn stein ja bis ich zehn stein habe dauert das noch eben das ist wie lang ein minuten das hält jetzt 30 sekunden und ja kurz miese ja alles alles ist positiv brauchen 2300 bauern das bringt uns dann bei 4 und 4 schnapps geht auch zu neige deswegen machen wir so viel glaube ich ich habe meine schnapps produktion ist auch alles echt hässlich was ich hier baue was hat er denn gerade so ein komisches geräusch wie ein vermesen blum ich weiß nicht was das war ich glaube deswegen machen wir auch miese wegen dem schnapps das baue ich ja sofort aus aber jetzt habe ich das holz das ich hier für das lagerhaus brauche für die blöden bauernhäuser ausgegeben so weil dieses lagerhaus kommt jetzt auf alle fälle nicht mehr ja da können es ja immer wie man hier sieht vier warten aber macht keinen sinn also ich hoffe jetzt dass die da auf alle fälle nicht mehr hinfallen oder dass hier die produktion vielleicht auch hier rüber switcht das lagerhaus sehr schön die aufgabe ich hätte fast die aufgabe vergessen gut dass die aufgabe vergessen gut dass die aufgabe vergessen also nochmal zwei häuser hier schnell gebaut ok hochofen mhm 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 Wonderful hat der Okay, läuft. Ne Mühler brauche ich dann noch. Und jetzt habe ich ja schon viel zu wenig Bauern. Oh. So brauche ich 5 und 4. Mache ich auch als nächstes den Hubofen. Und dann die, wenn ich auf alle Fälle genug startgutze. Mach mir mal wieder eben schneller. So. Stell dir nichts an. Da kommt mein Schiffchen wieder. 10 Dinger, alles klar. Nein. Ach, pfeil Münz. Ist okay. Ich brauche gleich 200 neue Leute. Ich brauche die Brot vielleicht erst anschmeißen. Entschuldigung. 200 Unterhalt ist auch. Ne Explosion. Oh nein. Hier hinten habe ich natürlich keine Feuerwehr gebaut. Weil ich ermut bin. Nein. Ja schön. Wollte ich schon wieder aufbauen. Feuer. Oh. Feuer. Oh. Gerade so noch Lack gehabt. Ja. Minus 155. Ich produziere aber schon Kanonen. Für Kanonen. Für Kanonen. So. Oh. Fisch geht runter. Schnapps reicht immer noch nicht. Schnapps reicht nicht. Die Bräder. Okay. Ja bitte. Keine sau. Wo nur eine Bitterei läuft und was auch nur auf so halb quasi. Fisch. So. Und jetzt kommt die Bräder. So. So. Schnapps. So. So. Ich weiß, das musst du mir nicht sagen. Danke. Man geht gerade am einen. Ich mach miese. Ich hab in allen meinen beiden Schichten. Minusarbeitskraft. Schule, 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 Schule. 2 plus. Und mir fehlen eigentlich nur noch ein paar Bräder. Die kostet nur 50. Ja, Schnaps ist das Problem. Schnaps. Aha. Mhm. Okay. Schön. Ich geh jetzt mit der Schule erst bauen. Passt nämlich noch perfekt hier hin. 25 Steine. 2 Steine fehlen. Also noch. Das bricht noch mal 2 und bringt aber kein Geld. Brot ist immer schön voll. Rot ist voll. Rot ist voll. Rot ist voll. Ist voll. Komischerweise. So. Wo wir da nur eine. Wer hat denn jetzt noch eine Insel? Ja, K2. Ähm. Wie gesagt. Dreck noch mal ein Schwungerbau. Und dann nach hier fahren. Und dann nach hier wo wir die verkaufen. Wir konnten die auf alle Fälle konnten wir die irgendwo verkaufen. Irgendwo konnten wir die verkaufen. Okay. Okay. Wie. Ich sehe das gerade richtig. Wir haben alles am Laufen. Wir haben trotzdem einen Plus. Okay. Seife. Äh. Schweinezucht. Drei. Vier. Fünf. Einmal die hier. Können wir zweimal Seife machen. Okay. Seife fehlen uns dann ein paar Hammer. Hämmer. Aber die kriegen wir dann hier rein. Dann können wir Stufe 3 machen. Dann können wir Fregatten bauen. Das ist sehr, sehr gut. Quark ist ausgerichtet. Zuhause ist ein Krieg ausgebrochen. wer befindet sich im krieg karl mit dem und der mit beiden bankrott erklärung aber veröffentlichen wir machen der findet das scheiße die anderen sagen dazu nichts wie okay noch eben schon 1 ich wollte gerade so, ich hab jetzt verraten, was ich die Fregatte bauen kann müsste ja jetzt gleich ich empfiehlt ihm mit stein nein die steine steine jetzt haben wir noch Röserchen bauen immer noch Stein, Stein immer noch Stein sowas mache ich denn jetzt hier zum update sofort nichts ist alles da die Allianz wurde beendet boah der georg hatte mit ihm eine Allianz hat aber jetzt nur noch Handelsrecht ok und er hat mit georg ich hab mit kein watsch ich oh unser verhältnis wird immer jetzt kommt Geld Geld in die Bude Fregatta alles alles was ich nie wollte war ein Ort zu schön so oh nein das habe ich jetzt hier aus so schon da ja jetzt können wir Fregatten bauen geil holz wir haben kein Holz wir haben kein Holz zeichen 5 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 6 5 6 5 Das ist das Problem. Gerade ist immer Holz das Problem. Schmeißen wir mal eine Holzproduktion an. Nein. Ich hab jetzt, ach stimmt, ich hab das vergessen. Gut, aber wir sind schon wieder bei über 20 Minuten, also wir sehen uns gleich wieder. Vielleicht eventuell, keine Ahnung. Ciao.